Urdhva Baddha-Tasta Matsyasana Der Fisch mit gefalteten Händen nach oben ausgestreckt, gehört zu den fortgeschrittenen Variationen von Matsyasana. Komme zum Fisch, falte die Hände und strecke sie hoch zur Decke hin bzw. zum Himmel. Du schaffst dabei einen runden Bogen mit deinen Rückenmuskeln. Natürlich ist das Gewicht auf Gesäß und Kopf relativ stark, eben auch auf dem Nacken. Deshalb brauchst du einen starken Nacken. Aber es hat auch etwas Schönes, so zu sein und dich nicht mit Ellbogen abzustützen und dich ganz zu öffnen für die Kraft des Himmels. Vielen Dank.